Moin Moin, wir beiden, wir sind von der Theatergruppe Goldenstädt. Ja, ich bin der Vorsitzende, mein Name ist Carsten Dörfer und hier in Goldenstädt laufen gerade die Proben für das Theaterstück Wo rog ist, ist ugg für. Ja, und das wird ab 9. März in Klossemanns Kinosaal oder im neuen Theater, sagen wir auch, aufgeführt und das hier, man kann sich selber vorstellen. Ja, Hüsinger ist mein Name, Manfred Hüsinger, genannt Max. Ich bin einer der Protagonisten hier auf der Bühne, spielt eine wunderbare Rolle, weil ich derjenige bin, der sich mit einem Riesenproblem herumplagen muss, das mancher vielleicht schon mal hatte. Er hat nach einer durchzechten Nacht nicht nur vergessen, was er alles angestellt hat, sondern hat seiner Frau auch noch versprochen, mit dem Raupen aufzuhören. Ha! 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 Sechmoll, gibt damit irgendetwas, was du nicht hättest? Ja, gell. Ja, ich bedurl die irgendwann mal, wenn ich dich hätt. Sechmoll, was willst du überhaupt? Laut! Im Spielalter heff ich dich doch als Sech! Ich will die warnen! Für wen? Für meine Frau! Ha! Für den? Für den muss ich nicht warnen werden! Den kriegt das Warnschild auf den Mund! Wirklich? Wirklich? Bis dahin, bis dahin!